Also ich fand es einfach sehr spannend zu sehen, wo sich der Buchhandel hin entwickelt, weil das ja für uns eigentlich die wichtige Zielgruppe ist, auch wie sich die Verlage entwickeln. Dass man halt sieht, dass das gedruckte Buch selber eben ein bisschen an Bedeutung verliert und dass man halt sieht, in welche Richtung es geht, dass es halt doch eher alles digitaler wird, dass die Websites der Buchhandlungen wichtiger werden. Einfach, ja, digital ist einfach da, wo es hingeht.